Weiße Flocken Weihnachten ist richtig schön, wenn wir weiße Flocken sehen. Jedes Kind und jedermann braucht den Schnee zum Schlittenfahren. Weiße Flocken machen Spaß, drum Frau Holle, merkt ihr das. Dann zieht der Weihnachtsmann den roten Mantel an. Ja, dann erkenne ich, na und dann freue ich mich. Den lasse ich gleich ins Haus, der sieht nicht komisch aus. Hat schwarze Stiefel an, ja das ist der Weihnachtsmann.